wir gucken jetzt nach dem nächsten was war das für ein pokémon hat doch gerade ach das weiß radfratz okay nach dem nächsten schalter wir gehen jetzt hier noch mal runter ob hier irgendwas zu machen ist die hyper bälle jetzt hier einmal rum hier kann man nicht rum gehen und da ist die türen offen das heißt wir müssen erst mit dem schalter betätigen bevor wir hier weitermachen konnten das war der die jetzt müsst ihr unten die tür zum einen offen sein einmal das flächen ap plus tagebuch 10 juli ich habe das neu entdeckte pokémon auf den namen juli getauft genau hier waren die forschungsergebnis von juli nämlich vorne in der villa und das daran erinnere ich mich gerade wieder immer das nächste ein flugteil ok da ging leiter runter zum trainer wir müssen also noch mal hochsteigen tagebuch sechster februar aus mio ist ein neues pokémon entstanden ich habe den kleinen den namen mio2 gegeben youtube werden wir auch noch fangen heute wahrscheinlich nicht mehr trainieren weil ich im moment auf die legendären pokémon verzichte das schaffen wir nicht aber das schaffen wir nicht aber die sause ist ja riesig aber demnächst werden wir auch im new fang nachdem wir die pokémon liga geschafft haben werden wir unter anderem auch noch mal alle arenaorten machen weil die kann man noch mal neu machen nachdem man die top 4 besiegt hat da haben die arena leiter stärkere pokémon wenn also vielleicht eine kleine herausforderung und dann werden wir auch nur fangen wahrscheinlich nicht trainieren weil ich im moment auf die legendären pokémon verzichte aber wir werden es auf jeden fall fangen und manki nervt mich gerade okay ich glaube level 20 entwickelt sich das zu rasa wir müssten schon dadurch auch ein paar pokémon getauscht habe sollten wir fast den pokédex schon richtung voll bekommen also klar so ein paar pokémon fehlen uns noch aber nicht mehr so viele gut geklaut ist halb geworden aber eben nur halb ich hoffe dass wir uns jetzt kein genickbruch damit machen dass wir die pokémon spättern also nur noch vier pokémon trainieren und die anderen in unserem team praktisch erstmal sich selbst überlassen haben wir sind das haben wir gelesen jetzt moment hier ging es nicht weiter mänky entwickelt sich auf level 28 erst krass ach da war da ging es auch hoch scheiße ja es ist riesig und ich bin wieder zu blöd ist ach ja jawohl ja mänky soll karate schlag erlernen mänky also rassaf ist auch ein gutes pokémon das ist auch ein bisschen pokémon eintrag vorzulesen Wir gucken mal, ob sich die andere Tür jetzt geöffnet hat. Moment mal, da konnten wir auch hochgehen. Da ist schon wieder ein Smokmok. Vor allem sind hier so viele Pokémon, die lassen uns hier gar nicht durchgehen. Okay, gehen wir erstmal hier durch. Schmarotzer! Ja, den Pokémon-Eintracht vergeht sich auch immer vorzulesen. Ja, passiert. Oh, ein Charnera. Warte mal. Das fange ich. Ich habe zwar ein Charnera schon. Aber Charnera bringt auch mega viel Erfahrungspunkte. Habe ich gelernt. Okay. Okay. Und dann, das ist gut für das Manky und das Dings. Ähm. Tragosso. Das bleibt drin. Jawohl. Ich weiß noch, wie selten Charnera früher war in der Safari-Zone. Das ist einfach jedes Mal abgehauen. Also das war wirklich fast unmöglich zu fangen. Das ist ja zum Glück hier jetzt einfacher. Das hat mich so angekotzt. Vor allen Dingen, dann hat man endlich mal ein Charnera gefunden, was mega selten war. Dann hat man einen Pokémon-Ball versucht zu werfen, was gar nichts gebracht hat. Du musst das ja erstmal füttern. Und dann Stein werfen in der Safari-Zone. Und danach konntest du es erst fangen. Ja, und dann die begrenzte Anzahl von Schritten an den. Genau. Das war auch noch dazu. Man hat so viel Geld ausgegeben. Und man musste erstmal bis zum Ort kommen, wo es die Charnera gibt. Beziehungsweise gab es die nicht überall? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, was ich nachher den Surferweg auswendig kannte. Ach komm, Radfratz. Da geht es runter. Dann gehen wir erst hier runter. Da waren Träne. Oh, fünf silberne Himbeeren. Nice. Mehr. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Ich bin aber hier. Loop. Was? Der darf anfangen? Wie viel Speed hat der? Ich glaube, unser Simdala hat gar nicht guten Speed. Aber okay. So, Manky ist schon Level 17. Was für ein reinen Fall. Da ist auch noch ein Puck. Ein Feuerstein ist auch sehr gut. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir die noch brauchen werden erstmal. Wir gehen hier mal runter. Da war mir nicht auch noch ein Trainer. Okay, hier ist auch noch ein Raum. Oh nein, ich habe nicht verlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Oh Gott. Oh Gott, der hat vier Pokémon. Er fehlt. Einmal Psystrahl. Das wird wahrscheinlich jetzt viermal Psystrahl werden und alle weg. Da rums, man muss aus die Maus. Oh Gott. Ich schaue es, wenn wir so oft Smogon einsetzen oder dasselbe Pokémon generell. Also es ist zwar geht schnell, aber es ist halt nervig. Weil die Kämpfe jetzt wirklich erstmal gar nicht mehr so interessant sind. Das wird erst bei den Top 4 wieder. Wird das Kampftechnik interessant? Im Moment ist das Durchspielen ja Slow-Image interessanter, finde ich, als die Kämpfe gegen so Lappen-Gegner. Oder ich muss halt schlechtere Pokémon einsetzen. Das ist ja auch unrealistisch. Oh, er hat einen Smogmog. Oha, jetzt hat er mich überrascht. Sollte aber relativ schnell trotzdem gehen. Dabei wollte ich doch nur in aller Ruhe einklauen gehen. Was einklauen? Er ist auch noch ein Pokéball. Ein Top-Trank. Es muss hier irgendwo gleich ein Schalter sein. Ach komm Smogon, ich wollte dich doch gar nicht fangen. Überlegt mal, wie viel Zeit man sich erspart durch die ganzen Random-Kämpfe, die es hier nicht gibt. Stellt euch das mal vor, man würde über die Random-Kämpfe noch haben. Tagebuch Eintrag 1. September. Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gab es hier noch was zu entdecken? Nein. So, hier einmal weiter gucken. Hier gibt es noch ein Bett zum Ausruhen. Oh. Hallo Meraxos, danke, mir geht's gut und dir? Schön, dass du auch wieder dabei bist. Äh. Achso, ich darf nicht mehr drücken. Sorry. Ahem. Hier ist so schön viel Platz, ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Ja, äh, schön. Das freut mich, dass es hier auch gut geht, äh. Mera... Ah, ich vergesse den Namen immer. Meraxos. So. Leute. Ich muss mir mal alle Namen merken, das ist total schwierig. Meraxos. Ist auch ganz schwierig auszusprechen. Auf jeden Fall für jemanden, der ein bisschen, äh, sprachdödel ist wie ich. Ja, der hat gerade Dödel gesagt. Was mache ich bloß? Da ist der Türöffner bestimmt, ne? Ne, Sonnebombom. Okay, wir müssen den anderen noch, ähm, betätigen und dann sind wir hier im letzten Raum. Ich wundere, dass hier kein legendäres Pokémon ist. Das wirkt hier gerade so ein bisschen. Den ganzen Scheitern, als wäre der ganze am Ende halt irgendwas cooles. Da steht ein riesiger Glasbett. Der sieht sehr stabil aus, aber weiß einigen kleinen Riss auf irgendwas. Das muss man voller Woche nicht mehrmals von Ende gegen das Glas geschlagen haben. Und zwar bestimmt in YouTube. Da ist der Schlüssel. Jetzt gucken wir noch einen Raum, müssen wir noch besuchen gehen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Jawohl. Gehen wir einmal hier hoch. Gehen wir hier hinten noch rein? Oh, guck mal, der kleine Junge. Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Vetter tritt, wird man zum Eingang zurück teleportiert. Na, da staunst du was? Gut. Damit haben wir wohl die, äh, was? Ja. Damit haben wir die Vula wohl abgeschlossen, würde ich sagen. Easy. Wir sind zurück auf der Zinoma-Insel. Wir werden gleich in dieser Arena hier gehen. Wir müssen so ein bisschen warm laufen, ein bisschen die Muskeln ausdehnen, äh, nicht ausdehnen, sondern Muskeln dehnen. Ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen trainieren. Also, ne, also, unser Figür schon, unser Mario muss noch ein bisschen trainieren. Der läuft hier so ein bisschen rum. Und dann geht's gleich in den Kampf hier hinein. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen können. Hier, äh, sollen wir unser Team umstellen? Ne, ne, wir haben Bisa Flur nur rausgenommen, Team. Ne, das, das machen wir ganz einfach. Evoli, äh, macht das. Unser Evoli-bestes Pokémon. Das wird das gleich machen. Und dann gucken wir, wie die Arena so aussieht. Das wird das gleich machen. Untertitelung des ZDF, 2020